Das ist ein Jules-Video. Chat, das ist ein Jules-Video über NFTs. Warum fucking nicht, Alter? Also ich bin bereit, Chat. Ich hoffe, du bist es auch. Extern, danke nochmal für deinen Resub für die 37 Monate. DSM No Mercy, danke schön für deinen Sub, Bro. Sex, Stifa, danke nochmal für die 21. Und Halva, danke für die 30 Monate. Dankeschön, Chat, für eure Unterstützung. Allgemein, Chat, ihr seid heute als Publikum sozusagen, ja, super angenehm. Heute ist wirklich ein schöner Tag, irgendwie zu streamen. Auch wenn ich am Anfang ein bisschen müde war, aber bewegt sich gerade. Statsche, ouch, schönen Grüß nach Österreich, Bro. Okay, let's go. NFTs, Chats, geht jetzt um Geld vermutlich. Also in den Antworten, passt gut auf, chatten, lasst euch nicht triggern. 21. Mal gucken, wer diese Zeitkapsel jemals finden wird. Schlaf gut, wenn ihr schlafen geht, misst du es. Wir haben sie. Endlich gefunden. Teuersten Kunstwerke. Hahaha. Okay, wir müssen ein bisschen zurück in der Zeit. Stimmt, wir haben noch keine Werbepause gemacht und ich bin seit 4 Stunden live. Machen wir irgendwann gleich mittendrin. 1636. Ja, nie, sondern für die neue Monat. Die Niederlande waren damals ziemlich neu im Land und dementsprechend sehr wertvoll. Ein paar Handelsmänner kauften, ich glaube, wie sie sind, ganz viele Tulpen, um die später für viel Geld verkaufen zu können. Immer mehr Leute kamen auf die Idee und der Preis der Tulpen schoss in die Höhe. Und eine Tulpe war nach ein paar Wochen mehr wert als ein ganzes Haus. Ihr Tulpe! Hier der Schlüssel! Wow, was ein Trottel! Dann merkten die Leute, dass das kein nachhaltiger Preis für eine einzige Tulpe ist und haben angefangen, ihre Tulpen wieder zu verkaufen. Das haben dann plötzlich alle gemacht und Panik war raus und die Tulpen wurden langsam aber sicher wieder wertlos. Und das hier ist nicht nur der erste Themenblock in jedem BWL-Studium, sondern auch die allererste Spekulationsblase der Menschheitsgeschichte. Dann kam das Internet und ein paar komische Zwischenschritte später entschloss sich 2008, mitten in der bislang größten Finanzkrise der Welt, eine bis heute immer noch unbekannte Person namens Satoshi Nakamoto. um das Gründungsdokument für eine Währung namens Bitcoin ins Internet zu stellen. Eine Währung, die unendliche finanzielle Sicherheit für die Menschheit bringen sollte, frei von jeglicher staatlicher Kontrolle. Und jahrelang war die revolutionäre Währung namens Bitcoin komplett wertlos. Doch jeder hat den Satz mal gehört. Hätte ich bloß damals Bitcoin gekauft. Hallo, ein Biggesti Bacon bitte. Ein Programmierer hat 2010 10.000 Bitcoins gekauft und alle 10.000 Bitcoins für eine Pizza ausgegeben. Eine Pizza, die heute 100 Millionen wert sein würde. Spulen wir noch ein bisschen vor, landen wir in 2013. Ein einziger Bitcoin ist jetzt 1.000 Dollar wert. Der Typ hier hat 220 Millionen in Bitcoin auf seinem USB-Stick. Aber sein Passwort vergesst. Er hat noch zwei Versuche, es einzugeben. Sind sie falsch, wird sich alles auf dem USB-Stick automatisch löschen. Der hier hatte auf seiner Festplatte 182 Millionen Euro in Bitcoin und hat die Festplatte damals auf dieser Müllhalde einfach weggeworfen. Er sucht seit 10 Jahren die ganze Müllhalde ab. Seit neuestem übrigens auch mit Roboterhunden. Oh mein Gott. Irgendwo habe ich den größten Schatz der... Jo, könnt ihr aufhören, F in den Chat reinzuschreiben? Ich weiß, dass wir das machen wegen ihm. Aber Gott verdammt, Alter. Jede Scheiße bringt mich hier gerade aus der Ruhe. Ich habe Angst, dass man Stream abkackt. Der Welt versteckt. Und natürlich sind hier und da ein paar Menschen auch reich geworden mit Bitcoin. Doch in einer ganz anderen Ecke vom Internet passieren währenddessen ganz andere Dinge. Hier der Mensch spielt gerade Flappy Bird. Twitch ist noch nicht voller halbnackter Frauen. So, nur eine halbnackt Frau. Eines der Memes war Pepe, der Frosch. Das Gesicht von Twitch und gleichzeitig auch das Lieblingsmeme und Maskottchen. Hab Pepe ja noch nie gesehen. Kennt jemand Pepe? Nie gesehen. Weiter. ... von Usern auf 4chan. Es war ein ganz normaler Tag auf dem Internetbord. Doch plötzlich tweetete Katy Perry, ein Pepe, der Froschmeme. Dicht gefolgt von Nicki Minaj. Auch die Konkurrenzplattform Tumblr, mit der sich 4chan schon seit Jahren im Internetkrieg befindet, erstellte plötzlich Seiten über Pepe, den Frosch. 4chan gefiel das gar nicht. Und so kam einer auf die geniale Idee, sein Froschbild zu signieren. Und so wurde er geboren. Pepe Nummer 1. Spaghetti Pepe. Die anderen User waren empört. Und ziemlich schnell begannen Diskussionen über die bevorstehende, seltene Pepe-Bilder-Economy. Einer zeigte in einem Post plötzlich sein ganzes Pepe-Sortiment. Seid ehrlich, Chat, habt ihr einen Fields-Folder auf eurem PC? Natürlich nicht. Chatfaker, danke übrigens für die 30. Und Bjarne, ich soll danke für die 9. Moment. Und plötzlich fingen alle anderen auch an, seltene Pepe-S zu sammeln. Ein paar Leute verschenkten welche umsonst. Andere hingegen zeichneten selber welche. Okay, Chat, ich zeige meinen Pepe-Folder. Warte. Äh. Ich zeige gerade auf, Chat, dass in meinem Pepe-Folder zu viele Pepe-Bilder sind. Und in Begleitung mit anderen Monka-TOS-Bildern. Teilweise auch sehr verrückte Pepe-S. Einfach um den Markt zu füllen. Einer machte es sich zur Aufgabe von anderen Leuten, die besagten Pepe-S zu klauen. Und nachdem schließlich BuzzFeed und andere YouTuber darüber berichteten, boten ein paar User die seltensten Pepe-S, die noch kaum im Internet zu sehen waren, auf Ebay an. Bienen-Pepe. Nee. Pepe. Seltene Pepe. Bundle-Pack. XXL-Pepe-Pack. 97 Gebot. 29 Gebot. 52 Gebot. Gleichzeitig, irgendwo in Russland, arbeitete ein Typ namens Vitalik bereits an der nächsten Kryptowährung. Er spielte World of Warcraft. Leidenschaftlich. Seit Jahren. Seine Lieblingsklasse war Hexenmeister. Mithilfe vom Lebensentzug-Zauber war er unglaublich stark. Doch plötzlich. Ein Blizzard-Update. Der Zauber wurde genervt. Er weinte sich in den Schlaf mit der Erkenntnis, was für Gefahren ein zentrales, alleinbestimmendes System mit sich bringen kann. Und so entstand nach einiger Zeit die mittlerweile... Sein Warlock wurde genervt und mit 15... Und hat eine Lebenskrise deswegen bekommen. Based, Alter. Ich respektiere ihn sehr. Sif in Life. Was wurde denn da genervt? Ich habe auch mal Warlock gespielt früher. Die zweitgrößte Kryptowährung der Welt. Ethereum. Und genau hier... Viel wichtiger ist... Nur so nebenbei. Wenn er wegen einem Nerf auf Sif in Life gebannt wurde, hat er gleichzeitig einen Dotlock gespielt. Also muss er irgendwie so ein PvE-Dude gewesen sein. Dann kommen auch die ersten Leute auf die Idee, Bitcoins zu minen. Also ganz viele Computer in einem großen Warenhaus aufstellen, die Bitcoins sammeln. Und gleichzeitig beten, dass das FBI oder irgendwelche Klimaleute nicht vor deiner Tür stehen. Kryptowährungen werden immer etablierter auf dem Markt. Und auch die PayPal-Wirtschaft wird davon betroffen. Erst wurde die Seite Rare PayPal Wallet erstellt. Ein Gro... Chat. Habt ihr irgendwas mit Cryptocurrency am Hut? Irgendwas? Müssen wir nicht mehr irgendwelche Details erzählen? Die Frage ist eher nur, ja oder nein. Weil es ist schon so ein Ding, wo sich die Geister scheiden. Wisst ihr, was ich sage? Ich habe auch nichts mit Krypto am Hut. Aber ich bin auch eigentlich kein... Ich bin nicht so... Chat, ich bin nicht so jemand, der denkt in seiner Freizeit, wie kann ich jetzt Geld verdienen oder so. Sondern eher, ich denke in meiner Freizeit, oh nice, ich kann jetzt Dota grinden für die nächsten acht Stunden. Äh... Ja, äh... Hm. Ich hatte mal überlegt, Chat. Interessanter, interessanter, interessanter Schlag zur Seite, Chat. Ich hatte mal überlegt, Kryptowährungen... Currencies, äh, als Donation anzunehmen. Aber... Aber ich hab niemals irgendwas investiert oder so. Ja, ich hatte früher mal oder so auf 4chan, auf, äh... Auf G, also im Technikforum, hatte ich mal darüber gelesen. 2003 oder so, oder 2013 meine ich, ewig her. Ansonsten war ich nicht so Kryptos am Hut null. Aber ist interessant, darüber was zu hören. Großes Internetarchiv für alle mittlerweile gefundenen Pepe-Bilder. Dort konnte man die JPEGs auch untereinander tauschen. Erstmals für Bitcoin oder die neu erschaffene Pepe-Cash-Währung. Und weil 4chan 4chan ist, schockete sich das Ganze hoch. Und dieser Pepe-Homer wurde stetslich für 350.000 Pepe-Cash digital verkauft. Uh! Und legte somit den Grundbaustein für den Erwerb von digitalen Kunstwerken mit Hilfe von Kryptowährungen. Und dann kam 2021. Der Kryptomarkt ist gerade in der vollen Blüte. Jeder kann Geld mit Kryptowährungen. Hier hat ein Hamster, der durch Röhren läuft, ein ganzes Portfolio vervielfacht. Und dass das geht, sieht auch der Künstler Mike Winkleman, aka Peeple. Er postet seit 13 Jahren täglich digitale Kunst ins Internet. Angefangen mit ziemlich langweiliger Kunst, entwickelten sich seine Artworks immer mehr. Und dann kam er auf die Idee, die ersten 5000 erstellten Bilder beim Auktionshaus Christie's für ein bisschen Geld zu versteigern. Oh mein Gott! Wimst du das Billion? Wimst du das Billion? 69 Millionen? 69 Millionen für ein NFT von seinem Bild. Wuhu! Doch was ist überhaupt ein NFT? Kunst in echt kann nachgemalt werden. Und egal wie gut man es macht, ist es niemals eine exakte Kopie vom Gemäld. Bei digitaler Kunst ist das anders. Man könnte die Datei nehmen und hätte eine exakt gleiche Kopie. Um genau dem vorzubeugen, wurden NFTs erfunden. Jedes Bild wird mit einem Code ausgestattet. Und hast du den Code von diesem Gemälde, kannst du nachweisen, dass es tatsächlich auch dir gehört. Man kauft jedoch nicht das Bild an sich, sondern nur den Code, der zu dem Bild führt. Man kauft auch nicht die Rechte an dem Bild. Man kann das Bild also auch nicht vermarkten. 2021 wurde ein NFT von dem Buch Dune für 2,6 Millionen gekauft. Der Käufer postete stolz, dass er aus Dune eine Serie machen will und die Netflix verkaufen möchte. Nur um dann vom Internet und mit sehr lustigen Schlagzeilen gesagt zu bekommen, dass das nicht gehen würde. Wir haben die Auktion gewonnen. Wir werden daraus eine Serie. Ich habe die Auktion gewonnen. Ich will daraus eine Serie machen. Hallo. Ich will daraus eine Serie machen. Hallo. Ich will die Bibel 2 veröffentlichen. Also, wozu braucht man nun NFT? Sie können gut sein, damit Künstler ihre Werke im Internet verkaufen können oder damit man digitale Eintrittstickets für zum Beispiel Konzerte individualisieren kann. Es gibt so ganz viele Kryptobros-Chat. Die haben dann immer so Kryptobro-Partys und so und dann ist da auch sein Ticket ein NFT oder so. Oder irgendwie 3.000 Euro in Ethereum oder sowas. Oder nun ja, man macht das, was alle machen. NFTs kaufen und versuchen, sie für mehr Geld weiter zu verkaufen. NFTs sind, als würde man in einem Abend Lebensmittel kaufen und nur mit dem Kassenzettel nach Hause gehen. Guckt mal, Leute. Ich habe die Lebensmittel da drin gekauft. Als andere Künstler sahen, dass Beepels NFT für 69 Millionen verkauft wurde, fingen auch diese an, ihre Werke ins Internet zu stellen. Dann kam der Macher von Nyan Cat auf die Idee, seine animierte Katze als GIF im Internet zu verkaufen. Und kurz darauf fingen alte Meme-Legenden an, sich oder ihre Werke im Internet als NFT zu verkaufen. Erst war es Bad Luck Brian, dann die Keyboard-Katze. Und langsam aber sicher wuchs der NFT-Markt immer mehr. Mehr Schlagzeilen, mehr gute Kunst, die verkauft wurde. Mehr Meme-Legenden, die sich als NFT vermarkteten. Und ein traumatischer Lockdown später waren NFTs plötzlich im Mainstream angekommen. Und hier sahen die Leute, dass man mit NFTs Geld machen konnte. Auch ohne viel Talent zu besitzen. Und somit begann ein bis dato noch nie gesehener digitaler Goldrausch um NFTs. Erst wurden ziemlich viele zweiklassige Bilder gemalt. Leute holten plötzlich ihre Kreativale raus und versuchten, andere davon zu überzeugen, dass das hier Kunst sei. Und außerdem Tausende an Euros wert. Wie wär's mit Screenshots aus Filmen und einfach mit ein bisschen Paint drüber malen. Ja, das ist 35.000 Euro wert. Berühmte Fotos nehmen, irgendwelche Filter drüber klatschen und größer wird meine Gemälde-Kollektion. Steine in verschiedenen Farben für eine Million Euro. Oh, die wurden tatsächlich auch gekauft. Hier habt ihr noch mehr Steine. Wie oft wurden NFTs verkauft, nur um irgendwie Geld zu waschen, Chad? Was soll ich sagen? Sind wir ehrlich zueinander? ... einfach Memes und, äh, oh, warte, das machen hier andere schon. Die Wiese da vorne könnte mindestens 20 Euro wert sein. Der Himmel sieht heute wirklich schön aus. Hey, guck mal, ein Straßenstil. 80.000 Euro. Ich nehme einfach meine Selfies und lade sie hoch. Darauf kommt sicher kein anderer mit Internet. Oh, der Junge hier hat bereits mit seinen Selfies mehrere Millionen... Erstes Lied im Hintergrund, Chad. Okay, fuck. Mein Fortnite Victory Royale. Ziemlich Legendary. ... von Diktatoren. Das Documents ist aus dem Internet gezogen. Andere NFTs runterladen, einen Streit aufmachen und selber verkaufen. Flaggen von Ländern, Bilder von meiner Hand, meinen Finger und was mit meinen Beinen für 50 Euro oder vielleicht doch 30.000 Euro. Einfach eine einzige Farbe verkaufen. Okay, jetzt bleibt mir keine Wahl mehr. Ich ziehe mich nackt aus. 40.000 Euro. Okay, warte, es gibt bereits eine ganze Seite, wo Leute ihre Nacktbilder als NFT verkaufen. Come Rocket? Ugh. Okay, was zum Fick soll das hier sein? Und jetzt denkt zurück an die Tulpen. Das Einzige, was ein NFT-Preis bestimmt, ist die Nachfrage. Also so viel, wie jemand anderes bereit ist für dein Kunstwerk auszugeben. Diese NFTs hier kosten 100 Billiarden. Das ist mehr Geld, als es überhaupt auf der Welt gibt. Der ganze Markt war schließlich voller NFTs, die eigentlich nur wertloser Müll waren. Und plötzlich fingen die ersten Stars an, ihre eigenen NFTs zu verkaufen. Jeder ist auf den Zug aufgesprungen. Von Lionel Messi bis zu Mr. Bean. Firmen wie Taco Bell oder Coca-Cola machten mit. Und auch ein paar deutsche Promis fingen an, NFTs anzubieten. Das ganze Internet drehte sich nur noch um NFTs. Ich hab diesen Affen für 100.000 gekauft. Soll ich ein Haus oder einen Affen kaufen? NFT. 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 Und so wurden sie geboren. Die legendären NFT-Raubbiberfett. Bei dem Internet-Trolle und Leute, die absolut nichts mit NFT zu tun haben wollten, anfingen, NFT-vernahnte Menschen zu trollen. Stopp. Denkst du, es ist witzig, meine NFTs zu klauen? Lösch den Screenshot. Hör auf, den Besitz von anderen Leuten zu klauen. Das ist deine letzte Wahn. Guck mal, ich hab ein NFT gekauft. Oh, du meinst unseren NFT. Der NFT hier ist wirklich krass. Ich hab den gleichen NFT. Und so brach ein ganzer Krieg zwischen NFT-Hardlinern und Trollen im Internet aus. You think it's funny to take screenshots of people's NFTs, huh? Erst hat es mit ein paar Leuten angefangen. Dann machten ganze Firmen, bei denen mittlerweile Sport mit, NFT-Leute zu wissen. Screenshot das. Jetzt bist du reich. Der hier hatte ganz andere Dinge mit dem NFT von jedem... Ich frag mich, was der vorhatte. ...jemandem vor. Fag es nicht. You need to stop screenshotting. Hier hat jemand 100 NFTs von Furries zu einem zusammengefügt und es für 100.000 Dollar verkauft. Einer hat 10.000 von den hässlichen Löwen-NFTs hier zu einem großen Mosaik zusammengefügt, in dem eine Person rechtsklickt. Ein ganzer Doom-Mod, bei dem man üben kann, hässliche Affen-NFTs zu screenshotten. Eine ganze Seite, mit der man mit einem Klick alle NFTs auf der Blockchain runterladen kann. In der NFT hier ist es so hässlich, dass man die nicht mehr screenshotten wollte. NFT-Leute haben dann versucht, dem entgegenzuwirken, indem sie den Begriff Rechtsklicker-Mentalität einführten, um andere zu degradieren, nur um dann noch mehr verarscht zu werden. Twitter führte dann ein Hexagon-Profilbild ein, mit dem man sein NFT mit den Handelsplattformen verlinken konnte. Das kam nicht sehr gut an und hat die Sache eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Und hier fingen auch die restlichen Promis an, NFTs anzubieten. Erst nahm man uns auf diese Weise Johnny Sins. Dann Eminem, der sogar ein ganzes Musikvideo zu den Affen-NFTs releasete. Dann Haspula. KSI. Ein deutscher YouTuber verkaufte sogar sein Lamborghini für ein NFT. Der hier hat gleich seine ganze Niere verkauft. Hier fing man dann... Ein deutscher YouTuber? Moment. ...Moment. 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 Dann Haspula. KSI. Ein deutscher YouTuber. iCrymax.eth. Okay. ...die schon lange tot sind auszugraben, um NFTs unter ihrem Namen zu verkaufen. Will ich wirklich zum Grabschünder werden? Na klar, will ich das! NFTs sind unter anderem so hässlich, weil sie mithilfe von Programmen, die verschiedenen Körperteile aneinanderreihen, erstellt werden und deshalb rein ästhetisch überhaupt gar keinen Sinn ergeben. Und eines dieser Bilder hat eine längere Geschichte. Irgendwo im tiefen Schnee von Russland fing 2017 eine Frau namens Christa Sudmales an, Bilder von Männern als Kunstprojekt hochzuladen. Eines Tages fanden Fortune-User, wer sonst, ein von diesen Männern. Ein perfektes Kind. Pure Männlichkeit. Pures Testosteron. Bin nicht schwul, aber ich würde sein Cocklo... Wie will ich damit mithalten? Ich werde als Jungfrau sterben. Und daraufhin macht immer... So ein Korbflechtforum wie diesem Chat, äh, sind irgendwie alle immer schwul. Klassiker. Passiert, wenn man zu viel rumhängt mit Inseln. ... sich jahrelang auf die Suche nach der Identität des Mannes, der an diesem Tag der Giga-Chat aufgetauft wurde. Vier Jahre später erfuhr man schließlich, dass er von den Memes gehört hat, aber jegliche Art von Business-Einfragen und Interviews ablehnen würde, weil er mit keinem kooperieren möchte und nicht wüsste, dass ein Podcast sein. Der Mann namens Ernest Kalimow... Holy Shit, Alter, Chat. Ja, ja, Chat, ich muss sagen, äh, der ist quasi... ... jegliche Proportionen-Chat, die man, äh, als schön bezeichnen könnte bei nem Kerl. Keiner Jelly, ganz ehrlich, man. Wurde schließlich zur Legende. Ey, scheiße. ... eine ganze Generation. Bis heute sammeln sich noch zahlreiche Anhänger unter dem Kommentarbereich von... ... und disliken fleißig alle anderen, ohne ein Giga-Chat-Profilbild runter. Bis man schließlich erfuhr, dass es diesen Mann nicht gibt. Nun, das erklärt seinen perfekten Proportionen. Die Künstlerin photoshoppte die verschiedenen Models von ihrem Projekt jeweils zum perfekten Bild von einem Giga-Chat zurecht. Als Tribut zu ihrem Vater, der bereits seit Jahren verstorben ist. Mal ist es ihr Freund, mal ist es ein anderes Model. Tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber den Giga-Chat gibt es in menschlicher Form nicht. Nein! Denn er lebt bereits in uns allen. Es ist nur unsere Aufgabe, ihn zu erwecken. Ja, okay. Auch der Giga-Chat wird heute als NFT verkauft. Der NFT-Markt erreichte schließlich den Höchststand. Und damit die Preise nicht noch weiter sanken, kam die NFT-Community schließlich auf ein paar geniale Wege, um ihre Kunstwerke zu bewerben und wertvoll aussehen zu lassen. Diese Künstlerin verkaufte 14 Gläser. Und sofern du einen exklusiven Fart-Jar-NFT dazukaufst. Eine ganze TV-Show mit Mila Kunis und Ashton Kutscher, die du nur gucken kannst, wenn du einen Teil von der NFT-Koalition gekauft hast. Eine Zeit lang war der ganze Times Square voller NFT-Werbung. Leute trugen ihre NFTs als Kette. Wer braucht eine Rolex, wenn man das hier haben kann? Sogar die Leinwand von r slash place wurde beschmutzt mit Werbung für Scam-Projekte, die Gott sei Dank als Streamer dann relativ schnell vernichtet. Ziemlich kontroverse NFT-Code-Race. NFT-Serien, die umsonst zu schauen sind und dann komplett gedisweckt werden. Twitterspaces, wo Leute ihre NFTs roleplayen. Und was glaubt ihr passiert, wenn man einen Goldblock, der 11,7 Millionen Dollar wert ist und 200 Kilogramm wiegt, einfach so mitten in New York aufstellt? Nun, das... Wie schwer? Das Internet macht das, was es am besten kann. Minecraft, Minecraft, Minecraft. Keine Sorge, ich hab schon immer dafür trainiert. Fortnite, Fortnite. Okay, Boys, wie können wir diesen Goldblock, der von vielen Securities bewacht wird, am besten stehlen? Helikopter mit einem Magneten dran, sollte mehr als genug sein. Oh, scheiße. Oder vielleicht doch fortgeschrittenere Technologie? Okay, what the fuck? Ich verkaufe einen NFT. Okay, wir brauchen den Mann von Game of Thrones, der den Goldblock einfach wegträgt. Ein Enterhaken. Zu kompliziert. Eine Käsefirma stellte plötzlich daneben eine riesige Käsepackung auf. Nun, auch der Goldblock war ein NFT-Stunt, der ziemlich in die Hose ging. Ich meine, stellt euch vor, ihr seid obdachlos. Und plötzlich ist da ein fucking Goldblock vor euch und man sagt euch, das ist Werbung für einen Non-Fungible-Token-Drop, Bro. Der Würfel wurde nach einem Tag wieder weggefahren. Und jetzt wieder zu den anderen Werbemethoden. Eine Dating-App ausschließlich für Leute mit einem Affen-NFT. Die scheiterte daran, dass sich zu 98% Männer anmeldeten. Wer hätte es gedacht? Eine ganze Insel namens Cryptoland. Sofern du ein NFT besitzt, darfst du auf dieser Insel leben und mit anderen NFT-Krypto-Kumpeln coole Sachen unternehmen. Wie Stress-Room. A pool full of coins? Go ahead and try. Woran das Breed schließlich scheiterte? Was wird das Einwilligungsalter in Cryptoland sein? Mental erwachsen sollte mehr als genug sein. Nein. Nein. Tötet sie alle. Und schließlich der Bored Ape Yacht Club. Die größte NFT-Community, die man überall im Internet und Kreise zu sehen bekommt. Eminem, Post Malone, Justin Bieber. Wirklich jeder redete über die größte NFT-Kroduktion von allen. Das ist dein Ape. Ja, das ist wirklich cool. Das ist mein Ape. Das ist dein. Dein ist so cool. Wisst ihr, schaut diese NFT-Szenen aus wie so Anime-Charakter-Creator quasi. So im Internet quasi. Womit man so, keine Ahnung, so Profilbilder machen kann für Twitter und so. Genauso sieht das aus. Nur halt mit Affen. Als Club-Member bekam man verschiedene Vorteile und konnte diesmal tatsächlich sein Affen-NFT-Fernmarkten. Ein ganzes Festival wurde exklusiv nur für Leute mit diesem NFT-Veranstaltet. Der VIP-Bereich ließ zu wünschen übrig, aber die Partys und Veranstaltungen um diesen Club waren ziemlich riesig. Leute tätowierten sich das Logo. Ey, Scheiße. Trugen Hoodies, verkauften Merch, ganze Restaurants wurden gegründet. Cover auf dem Rolling Stones Magazin. Überall war das Bored Ape Yacht Club Logo zu sehen. Und kommt es euch bekannt vor? Das hier ist das Logo. Von der Waffen-SS. Ja. Ich sehe leichte Unterschiede, aber ich verstehe, was ich sagen will. Logo der nationalsozialistischen Waffen-SS-Schutzstaffel. Oh, fuck. Exakt 18 Szenen. Gleiche Anreihung, gleiche Schrift, gleich positioniert. Und nun ist... Moment, Moment, Moment. Moment, aber die Frage ist jetzt... Wie viele Zähne habe ich im Mund? Soll ich durchzählen? Wie viele Zähne habe ich im Mund, Chat? Nun ist kann sein, dass die vier Gründer vom Bored Ape Yacht Club 4chan-User waren und es witzig fanden, subtile rechtsradikale Botschaften in den... ...NFTs zu verstecken. In jedem der vier Namen der Founder sind versteckte Anspielungen... ...und eventuell... Und eventuell wurden auch viele geheime Zahlen und Codes in NFTs versteckt, um sich über die NS-Zeit lustig zu machen. Wer will, kann sich dazu das 1 Stunden Video hier angucken. Die Verfahren dazu sind immer noch am Laufen. Doch Scams existieren schon immer in der Kunstgeschichte. Vor ein paar Jahren hat jemand mal eine unsichtbare Skulptur für 18.000 Dollar verkauft. Der Künstler hinter der unsichtbaren Skulptur wird verklagt von einem anderem unsichtbar Künstler. Diese Banane an einer Wand festgeklebt ist 120.000 Euro wert. Und dann wurde die Banane gegessen. Doch mit der digitalen Welt voller Influencer und Krypto-Hypes kam eine neue Art des Betriebs dazu. Der weltberühmte Pump and Dump. Irgendeine Kryptowährung erstellen. Sehr viel Geld reininvestieren. Diese dann künstlich hochhypen, indem man Follower kauft oder Frauen auf Fiverr bezahlt, die sich die Währung auf den Körper mahlen. Alle anderen investieren jetzt auch in die revolutionäre neue Kryptowährung. Und der Chart sollte jetzt ungefähr so, so oder so aussehen. Nimm mal dein Geld, mach Profit, lösch alle Profile und versteck dich irgendwo auf einer Insel. Squid Game Coin erweilt sich als Millionenbetrug. Meine 2,8 Millionen Dollar sind jetzt 1.000 Dollar wert. Man verliert Geld für die Hochzeit wegen Krypto-Scam. Versucht ein Laden auszurauben, um Geld wiederzubekommen. Landet zwei Jahre im Knast. Behörden fahnden weltweit nach OneCoin-Erfinderin. Die ist jetzt übrigens die siebtemals gesuchte Person der Welt. Kryptowährung Startup verschwindet mit Benis-Nachricht. Und im Mai 2022 kam dann schließlich der Krypto-Crash. Und zeitgleich sank auch immer mehr das Interesse für NFTs. Es ging schon lange nicht mehr um Kunst. Und immer mehr Betrugsvorfälle und Scams machten Schlagzeilen. Was die öffentliche Begeisterung der Leute für Kryptowährungen und NFTs enorm sinken ließ. Es gibt tatsächlich auch heute noch ein paar Events. Aber bei den meisten Events kommen gefühlt keine Leute mehr. Die meisten Menschen auf dem NFT-Markt machen heute Geld damit, indem sie ihre Kunstwerke untereinander verkaufen. Zusammengefasst. Hey, halte das und du wirst reich sein. Hey, halte das und du wirst reich sein. NFT-Projekte von Firmen und Entwicklern wurden gekannt. Und NFTs wurden Stück für Stück gemeinsam aus dem Internet gemobbt. Damit die Welt wieder zu ihrer vollen Reinheit zurückkehren konnte. Und heute? Der erste Tweet auf Twitter-NFT, der für 2,9 Millionen Dollar gekauft wurde, ist heute 270 Dollar wert. Logan Pauls NFT für 620.000 Dollar ist heute 10 Dollar wert. Der Stein für 1 Million Dollar wurde für 1 Cent verkauft. Justin Biebers NFT für 2,9 Millionen ist nur noch 29.000 Dollar wert. Naja. Tatsächlich ein ganz gutes Video, Chat.